Hi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Jadbus Garage. Warum Garage? Ehe, schraube ich halt. Schraube ohne Werkstatt geht halt nicht. So, meine Playlists im Augenblick sind Zeitraffer, Slotka, Quad, Solar, für mich ganz wichtig, kritische Berichte, die ich irgendwo finde oder mir zusammengestellt habe. Boah ey, dann lasse ich mir einfach raus, wenn ich so Dinge erlebe, die irgendwie gar nicht gehen und natürlich erzählen. So und ja, zieht es euch rein. Wenn es euch gefällt, lasst mir was schönes in den Kommentaren. Wenn es euch nicht gefällt, lasst mir was kritisch in den Kommentaren. Habt Spaß daran. Ich freue mich drauf. Reingehauen. Jetzt habe ich. Sie streben in den Kommentaren. Körbe ich nach ihr기�anzlти, mal Wasser? Nein, wenn man hat das.